Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf YouTube. Im Moment teste ich gerade nur mein Mikrofon und die Uploads und wie Videos schneiden und alles ordentlich funktioniert. Aber demnächst kommen hoffentlich dann auch mal ein paar Let's Plays. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Verbesserungsvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr mir gerne Kommentare hinterlassen oder eine Nachricht schreiben. Und ja, dann fangen wir mal an. Wie ihr seht, ich habe ein Texture Pack für Doctor Who installiert und ich habe jetzt auch nichts Besonderes gebaut. Ich wollte nur mal gerade meine Welt benutzen, um die ganzen Aufnahmen auszuprobieren. Und die Welt ist komplett flach und es schneit sehr häufig und bis jetzt habe ich auch nur ein Haus gebaut, das noch keine Türen oder Fenster hat. Und hauptsächlich habe ich an meinem TARDIS gebaut, den ich euch auch gerade mal von innen zeige. Tür wieder zu. Und habe hier Knöpfe, Hebel und einen Cyberman-Kopf. Und unten drunter ein paar Metallgitter und dann eben die Gänge, die in andere Räume führen, die leider bis jetzt auch alle noch überhaupt nicht ausgebaut sind. Und in einem anderen Raum habe ich noch hier die Garderobe, die noch Truhen und vielleicht auch ein paar Bücherregale und sowas bekommen wird, die auch jetzt erst die Wände und die Treppe fertig hat. Die Garderobe hat 1, 2, 4 Stockwerke und jedes Stockwerk hat eine kleine Brücke und auch einen eigenen Ausgang. Wie man hier drüben schön sieht, der führt aber auch noch nirgendwo hin. Da baue ich wie gesagt auch noch dran. Aber ansonsten wird die Welt hier wahrscheinlich auch nicht mehr gezeigt in einem Video, außer irgendjemand hat jetzt besonderes Interesse daran, dass ich nochmal was zeige, wenn es ein bisschen weiter gebaut ist. Es wird verschiedene Orte geben, die auch in der Doctor Who Serie vorkommen. Das hier zum Beispiel wird, wenn es mal fertig ist, London zu den Zeiten Shakespeares werden. Hoffentlich. Oder wer mir gerne bauen helfen möchte, kann auch gerne mal eine Nachricht hinterlassen oder einen Kommentar schreiben. Und Hilfe ist immer gern gesehen. Ja, das hier ist das erste Haus von vielen. Da geht auch eine Straße drum rum, die man jetzt leider nicht sehen kann, weil alles eingeschneit ist. Und wenn man das mal von innen anguckt, ist das auch noch nichts besonderes. Fledermäuse und eine Wand, die einfach im Moment nur versteckt, wo der TARDIS ist. Und es wird noch unterteilt in verschiedene Häuser und sowas. hoffentlich so bis zu sechs verschiedene Häuser, die alle ein paar Räume haben und auch ein zweites Stockwerk. Wenn ich dann hochkomme, bekommen werden, mit ein paar Treppen hier in der Mitte und mal sehen, vielleicht ein paar Betten direkt unterm Dach. Mal ein paar Nachforschungen anstellen, wie die Häuser denn so ausgesehen haben zu der Zeit von innen. Und jetzt habe ich gerade was kaputt gemacht, hier. Und dann mal gucken, wie das so wird. Aber wie gesagt, auf dem Channel kommen wahrscheinlich mehr Let's Plays anstatt sowas. Falls ihr irgendwelche interessanten Spiele dafür habt, könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schicken. Denn ich habe im Moment nur zwei, drei Spiele zur Auswahl, die ich gerne mal let's playen möchte. Ansonsten, Werbung für mich machen ist natürlich immer gern gesehen. Und falls es euch gefällt, lasst doch auch einfach einen Kommentar da, um zu sagen, dass es euch gefällt. Gut, ansonsten war das jetzt auch mein erstes Video. Nur ein sehr kurzes, die nächsten werden hoffentlich dann länger werden. Vielen Dank und tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020